Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti, mit mir fährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir müssen uns heute ganz wichtige Sachen anschauen. Es gibt auch sehr viele On-Chain-Daten heute mit im Video, also sehr viele Informationen, was genau jetzt hier abgeht. Auch Informationen, was mit Coinbase im Moment möglicherweise los ist. Und ich würde sagen, wenn du hier Bock drauf hast und gerne ein Abonnement da lassen möchtest, würde ich mich da sehr freuen. Dann lass auch gerne ein Like da und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Analyse, in das neue Video. Deshalb, ich hoffe, es dir gefällt. Let's go! So, also schauen wir uns das Ganze an. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wie du ganz gut sehen kannst, haben wir auch gestern Livestream uns das Ganze nämlich angeguckt, dass wir hier einen Downtrend haben und ich davon ausgegangen bin, dass wir hier nochmal weiter nach unten fallen. Also seit unserem Livestream gestern in der Nacht sind wir hier nochmal knapp um 4,7% jetzt dann hier abverkauft worden. Jetzt wird die Sache natürlich sehr interessant und spannend werden. Warum? Ganz einfach, weil wir nämlich jetzt genau an diesem Punkt angelangt sind, wo wir unbedingt jetzt hier dieses Reversal starten müssen, weil sonst gehen wir hier nochmal weiter nach unten. Also da müssen wir jetzt ganz, ganz stark aufpassen, denn wir müssen es jetzt schaffen, dass wir hier einen Bounce reinbekommen und diesen schönen doppelten Boden reinkriegen und da uns zumindest wieder Richtung 17.600 bzw. 17.800 Dollar nach oben bringt. Weil sonst wird es hier wirklich sehr ungemütlich. Sonst, habe ich sie unten auch schon nochmal eingezeichnet, wird es Richtung 15.000 Dollar meiner Meinung nach gehen. Und das wäre dann genau der erste Punkt, wo auch sehr viele Orders liegen zum Nachkaufen auf unserer Bookmap. Die schauen wir uns nachher dann auch nochmal ganz gut an. Jetzt siehst du aber hier auch nochmal ganz schön, das Volumen ist weiterhin sehr, sehr gering. Wenn man sich das anschaut, das war das Volumen jetzt hier in den letzten Donnerstag und am Freitag. Am Wochenende ist hier überhaupt nichts passiert. Und jetzt sieht man hier auch nochmal ganz gut, jetzt auch zum Start der Woche und zum Start des neuen Tages ist jetzt auch nicht allzu viel passiert an dieser Stelle. Schauen wir uns noch den Aris Eye an. Aris Eye ist auf dem 4-Stunden-Chart wieder im überverkauften Bereich. Also auch hier könnte es durchaus möglich sein, dass wir beim Aris Eye jetzt hier auch wieder diesen kleinen Move nach oben sehen. Und wir auch bei unserem Aris Eye dann einen doppelten Boden reinkriegen würden. Das wäre natürlich jetzt dann perfekt. Aber man muss trotzdem alles beachten, wie im Moment alles den Bach runter geht wegen den ganzen FUD News. Die ganzen Leute ziehen ihre BTCs ab, die ganzen Leute ziehen alles auf die Hardware-Wallets ab und so weiter. Ist ja nicht verwerflich, habe ich ja genauso gemacht. Aber ich habe auch schon die ganze Zeit immer wieder zuvor gesagt, hey, packt euer Zeug, was ihr nicht zum Traden braucht. Nehmt das und packt es auf eine Hardware-Wallet. Und das sieht man im Moment einfach sehr stark, auch bei MACD. Wenn man sich das nämlich hier anguckt, sind wir hier ganz unten. Und auch selbst hier kriegen wir auf dem 4-Stunden-Chart wieder ein bearishes Cross hier unten rein, was uns auch nochmal weiter nach unten drücken könnte. Also ich rechne weiterhin damit, dass wir hier zumindest Richtung 15.000 Dollar gehen. Warum? Weil da auf der Bookmap einfach sehr viel liegt. Und das schauen wir uns dann auf jeden Fall nachher gleich nochmal an. Dann 1-Stunden-Chart. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön. Wie sieht es da im Moment aus? Wir haben jetzt hier eine lila Vector Candle reingekriegt. Das heißt eigentlich, dass hier die Market Maker langsam ihre Long-Positionen wieder aufbauen. Danach kam aber hier wieder eine rote Vector Candle rein. Also muss man jetzt hier auch aufpassen. Hier unten der wichtige Support 15.744 US-Dollar. Das ist das Gebot der Stunde. Das muss unbedingt halten. Also auch hier 1-Stunden-Chart. Chart-Pattern technisch ist hier jetzt nichts geboten. Wo man sagen müsste, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein Chart-Pattern. Was man vielleicht sagen könnte ist oder wäre, dass man hier jetzt nach unten hin ausgebrochen beziehungsweise da noch sogar ein Support jetzt reingekriegt hat und wir hier möglicherweise so ein größeres Falling Wedge jetzt hier formen. Da müssen wir jetzt mal aufpassen, wenn wir jetzt hier einen schönen Bounce reinkriegen, was dann genau hier oben in dieser Widerstandszone jetzt hier passiert. Aber ihr seht auch, es sind einfach alle wichtigen EMAs. Selbst auf dem 1-Stunden-Chart haben wir den Abstand zu unserem 50er EMA von knappen 600 Dollar. Das ist absolut viel und da muss man davon ausgehen, dass wir jetzt nicht hier irgendwie so eine Kerze reinkriegen, sondern wir müssen jetzt erstmal hier wieder langsam nach oben steigen, um zumindest jetzt hier diese kleineren Vektor-Candles abzuholen, um hier oben dann wieder reinzukommen. Aber wenn irgendeine News wieder rauskommt, zwecks Coinbase, zwecks einer anderen Exchange oder was auch immer, dann ist es vollkommen egal, was man dann für Support-Bereiche einzeichnet. Es ist vollkommen egal, was man für Widerstände einzeichnet. Dann nützt auch keine Chart-Analyse. Dann knallt dieses Ding hier nach unten so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Deshalb seid dort dann auf der Hut, seid vorbereitet und deshalb gehen wir jetzt hier auch noch mal kurz auf den 15-Minuten-Chart rein, dass wir uns hier auf dem 15-Minuten-Chart uns das hier anschauen können. Und zwar sieht man das hier auch noch mal ganz gut. Wir sind auch hier auf dem 15-Minuten-Chart weiterhin in einem Downtrend. Wir machen immer wieder ein tieferes Tief und hier oben sieht man das Ganze auch noch mal schön. Wir kommen einfach hier im Moment nicht mal mehr über den 20er EMA auf dem 15-Minuten-Chart. Das müsst ihr euch mal geben. Hier oben war der 50er, der dann uns dann wieder sehr stark abverkauft. Und da wird es jetzt dann sehr spannend werden. Ich glaube, dass wir kurzzeitig hier vielleicht diese Vector-Candle abholen, aber dann möglicherweise wieder nach unten fallen. 15.740 Dollar ist das Gebot der Stunde. Dann schauen wir uns noch den Dollar-Index an. Wie sieht es da im Moment aus? Und beim Dollar-Index wird die Sache halt jetzt hier wirklich sehr spannend und interessant. Und zwar sieht man nämlich jetzt hier auch noch mal, dass wir beim Dollar-Index wieder hier nach unten gefallen sind. Und auf dem 4-Stunden-Chart sieht man das Ganze nämlich dann hier auch noch mal ganz gut, dass wir auf dem 4-Stunden-Chart sogar unter unseren 800er EMA jetzt gefallen sind. Also ich persönlich habe erst damit gerechnet, dass wir selbst auf unserem Tages-Chart jetzt hier auf dem 100er EMA einen schönen Bounce reinbekommen. Das haben wir jetzt aber nicht gemacht. Und zwar sieht man jetzt hier auch noch mal ganz gut, dass wir selbst jetzt hier bei unserem Dollar-Index hier unten nochmal Support hätten bei knappen 105 Dollar. Und ich glaube, dass wir auch dieses Ding hier unten nochmal antesten könnten. Und das ist genau im Moment das ganz große Problem. Der Dollar-Index fällt. Und was passiert bei Bitcoin? Bitcoin fällt auch. Das heißt, normalerweise ist es so, wenn der Dollar-Index fällt, steigt normalerweise Bitcoin. Wie sieht der Nasdaq aus? Nasdaq auf dem Tagesschart sehr, sehr bullish. Wir haben aber hier auch eine Vektor-Candle reingekriegt auf unserem Nasdaq. Die Wahrscheinlichkeit besteht auch hier, dass wir diese möglicherweise hier unten nochmal abholen könnten. Aber durch die Inflationszahlen, die ja 0,5% besser waren als der Vormonat, kann man davon ausgehen, dass wir hier dann in der nächsten Zeit auch bei unserem Nasdaq erstmal eine kleinere Erholung sehen. Möglicherweise hier nochmal die EMAs antesten und dann nochmal eine Erholungsphase sehen Richtung 12.000 Punkte hoch. Kann ich mir an dieser Stelle wirklich hier sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn der Nasdaq nach oben geht, sollte es Bitcoin mitziehen, macht es aber nicht. Also wir sehen gerade so eine kleinere Entkopplung. Heißt jetzt nicht, dass die Entkopplung über mehrere Wochen oder Monate oder jetzt für immer stattfindet. Aber jetzt zumindest hier in der letzten Woche haben wir jetzt eine Entkopplung gesehen. Das heißt, die traditionellen Märkte machen genau das Gegenteil, was der Bitcoin macht. Und Bitcoin zieht einfach nicht mit. Und wenn man sich das dann hier auch nochmal auf dem Tagesschart anzieht, beziehungsweise sind wir hier auf dem Wochenchart. Schaut euch das mal an hier Leute. Also auf dem Wochenchart sind wir jetzt hier unten bei knapp mal 15.330 US-Dollar. Das ist jetzt hier unser CME-Chart. Also unser CME-Futures-Chart. Wie man ganz gut sehen kann, haben wir hier überall immer noch kleinere CME-Gaps drin, die wir hier irgendwann schließen. Die Frage ist nur, wann? Und das ist genau der springende Punkt, wo man hier an dieser Stelle einfach sehr stark aufpassen muss. Und das sieht halt für mich nicht bullisch aus. Denn wenn wir dann hier auch nochmal auf den größeren Timeframe uns das einfach angucken, dann seht ihr, dass hier unten, das ist meine nächste Zone, wo wir reinfallen könnten. Und das ist genau zwischen 14.000 und 13.000 US-Dollar. Und warum? Das zeige ich euch nämlich jetzt hier. Und zwar siehst du jetzt hier an dieser Stelle, dass wir genau hier sehr viel Volumen drin liegen haben. Das heißt, die Leute wollen danach kaufen. Bei 15.000 US-Dollar liegen knappe 1.014 Coins. Bei 14.000 liegen knappe 1.022. Bei 12.500 knappe 1.200. Bei 11.000 zu 1.563. Und man muss jetzt auch sagen, dass jetzt hier wieder ein Anzeige-Bug bei 13.000 liegen knappe 2.000 Stück. Also das ist jetzt hier wieder ein Anzeige-Bug, weshalb auch immer, keine Ahnung, weshalb er das hier wieder nicht reinlädt. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein und die Liquidität liegt einfach weiterhin immer noch unter uns. Sie liegt unter uns und wir sehen ganz genau, dass wir hier über uns einfach keine Liquidität haben. Das heißt, die Market Maker sind daran interessiert, den Kurs nach unten zu drücken. Und das sieht jetzt im Moment weiterhin danach aus, dass wir zumindest mal Richtung 15.000 Dollar durchaus laufen könnten. Dann gehen wir noch rein und schauen uns das ganze Thema an. Was machen denn im Moment die Wale, die eine, also hier seht ihr zum Beispiel Bitcoin-Adressen, die mehr als 10.000 Bitcoin halten. Und ihr seht, was die hier machen. Sie akkumulieren ohne Ende. Schaut euch mal den Spike hier nach oben an, was wir in den letzten zwei, drei Wochen jetzt gesehen haben von den Wahlen, die hier Bitcoin nachkaufen. Also wirklich absolut krass, was hier gerade im Moment passiert. Des Weiteren muss man sich dann auch hier nochmal anschauen. Ja, wo befinden wir uns denn gerade? Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Das war glaube ich vor drei oder vier Videos. Schreib es gerne unten auch nochmal rein in die Kommentare. Was meinst du, wo befinden wir uns gerade? Ich glaube nicht, dass wir uns hier in dem Panikbereich finden, sondern ich glaube, dass wir uns schon in diesem Bereich hier befinden und mit dieser absoluten Depressionsphase hier unten reingehen. In diesen ganz, ganz dunkelroten Bereichen hier unten sind und wir uns einfach jetzt hier unten in dieser Phase aufhalten. Schreib es gerne mal unten rein. Ich finde diese marktpsychologischen Ansätze hier sehr, sehr interessant. Und ich glaube wirklich, dass wir uns hier kurz vor dieser Depressionsphase einfach befinden, weil du merkst es selber. Die Leute sind panisch. Die Leute sagen, Krypto, alles Scam. Ich ziehe meine ganzen Kryptos ab und so weiter und so fort. Des Weiteren, grüße ich ihn raus an Robin. Heute hat er hier nochmal ein Screenshot gepostet, wie im Moment der Inflow und der Outflow aussieht von den Exchanges in Dollar umgerechnet. Und wie man das ganz gut sehen kann, auch von Binance wird massiv ausgezahlt, wird massiv Kohle runtergenommen. Das heißt, im letzten Tag, also in einer Stunde, sind hier knappe 100 Millionen US-Dollar von Binance abgezogen worden. Inflow kam rein, 28,2 Millionen. Dann hat man hier diesen Netflow von knappe minus 72 Millionen. Und das kann jetzt hier sehr ungemütlich werden. Also da muss man wirklich sehr stark aufpassen, auch bei Krypto.com. Bei Krypto.com war es ja so, dass der CEO 400 Millionen US-Dollar an eine angebliche falsche Adresse geschickt hat in Ethereum. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wenn man doch was verschickt und wenn es um so eine Summe geht, um 400 Millionen Dollar, dann prüfe ich doch diese Adresse. Und diese Adresse ist anscheinend eine private Adresse. Also es ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Hot Wallet von irgendeiner Börse oder Sonstiges. Nein, es ist anscheinend eine private Adresse. Jetzt geht natürlich das Gerücht rum, dass hier möglicherweise ein großer Investor seine Gelder rauszieht aus Krypto.com. Man muss das Ganze abwarten und jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Viele sagen jetzt, Krypto.com ist das Nächste. Klar, der CRO-Token ist ins Bodenlose gefallen. Können wir uns auch nochmal gleich anschauen. Aber da einfach sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Ja, solange hier nichts bestätigt ist, werde ich euch auch hier definitiv nicht sagen. Ja, Krypto.com ist das Nächste, FTX. Aber wenn man vorsichtig sein möchte, zieht das ab, was ihr auf Krypto.com liegen habt, solange es einfach noch geht. Kingfisher, wie sieht es da im Moment aus? Also über uns sehr viele Shop-Positionen. 17.000 bis 18.000 US-Dollar kann man fast sagen, liegen hier sehr, sehr viele Liquidations. Also was die Liquidations angeht, wäre es natürlich erstmal lukrativer, den Preis wieder nach oben zu drücken, als hier nach unten. Aber auch hier unten liegt halt weiterhin trotzdem sehr viel, was lukrativ ist für die Market Maker. Deshalb und dann im Vergleich dann noch mithilfe der Bookmap, kann man einfach dazu sagen, hey, das sieht im Moment einfach nicht sehr gut aus, dass wir hier nach oben Richtung 17.000 oder 18.000 Dollar gehen. Ich halte euch dann natürlich den ganzen Tag über auf den Laufenden, auch auf meinem Telegram-Kanal. Ich hoffe, der Anzeige-Bug wird jetzt hier mal langsam behoben. Also das ist echt ein bisschen nervig. Aber gut, sei es drum. Ah, jetzt kommt wieder langsam ein bisschen was rein. Ah ja, okay, jetzt. Also ihr seht schon, es kann aber jetzt echt sein, dass die 13.000, dass bei 13.000 die Bitcoin rausgezogen worden sind, auf 12.500 jetzt hier verlagert worden sind. Also ihr seht schon, aber trotzdem hat es weiterhin nichts zur Sache. 15.000, 14.000, 13.000 bis 12.500, dann nochmal 11.000. Ja, das ist das Gebot der Stunde. Diese Zahlen müsst ihr einfach im Hinterkopf haben. Dann gehen wir noch kurz rein zu Crow. Genau, das haben wir ja noch gesagt. Wie sieht es da im Moment aus? Und zwar Crow, er hat natürlich dann mega auf die Mütze gekriegt. Man sieht es hier nochmal ganz gut. Weekly Chart, schaut euch das an. Wir sind fast bei Crow auf einem All-Time-Low an dieser Stelle, 0,06 Cent. Also das ist wirklich absolut krass, was hier gerade wieder abgeht. Seit dieser Woche und der Bekanntgabe um 56 Prozent jetzt hier nochmal eingebrochen. Deshalb sehr vorsichtig sein. Ich persönlich würde Crow jetzt erstmal nicht kaufen, bevor jetzt hier nicht klar ist, was jetzt hier mit Crypto.com passiert. Aber das ist natürlich auch ein richtiger Schlag, wenn man sich das anschaut. Das ist jetzt hier eine Korrektur von knapp 95 Prozent. Also wirklich heftig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben da. Lass auch gerne ein Abonnement, da würde mich sehr freuen. Und wenn du Alternativen suchst zu anderen Börsen, wo du traden kannst, schau auch gerne mal bei Femex oder bei BitGet vorbei. Das sind meine Exchanges, die sind unten verlinkt. By the way, Femex hat keinen eigenen Token. Das ist schon mal ein sehr gutes Pro-Argument für diese Plattform. Deshalb hat diese ganze Kacke auf Deutsch gesagt, was hier passiert immer mit den Hausern. Das eigenen Token wird es bei Femex nicht geben, weil diese einfach keinen besitzt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich heute gut updaten. Oh, was ist denn da auf einmal passiert? Wow, Leute, okay, nee, come on. Das müssen wir uns noch kurz angucken und uns noch kurz analysieren, was ist da denn jetzt passiert. Und zwar während des Videos haben wir jetzt hier genau diesen Pump reingekriegt, was ich jetzt gesagt habe. Und jetzt schaut euch an. 16.325 Dollar, genau 20er EMA wieder hoch. Das war genau 16.325, war hier unser Tief, was wir uns hier eingezeichnet hatten. Ihr erinnert euch, es war genau das hier, was wir uns hier eingezeichnet hatten auf dem Tagesschart. Es war genau das mit diesem WIC, wo wir hier den Retest hatten. Und Leute, das ist natürlich jetzt sehr interessant, was nämlich jetzt hier passiert. Wenn wir nämlich jetzt hier dann auch über unseren Downtrend drüber kommen. Ja, Leute, dann Feuer frei. Wow, jetzt geht es hier auch wieder weiter nach oben. 50er EMA jetzt hier oben rein. Jetzt müssen wir schauen, ob hier dann gleich eine Vector Candle reinkommt. Also das im Auge behalten. Ich versuche das Video jetzt gleich hochzuladen. 50er EMA möglicherweise angetestet. Kann jetzt hier so ein kleiner Short Squeeze jetzt möglicherweise sein, weil sehr viele Leute hier jetzt Short gegangen sind. Schauen wir mal, es muss nachhaltig hier jetzt drüber kommen. Wir müssen nachhaltig hier jetzt Richtung 100er EMA rüber gehen. Alle Informationen auf meinem Telegram-Kanal, das war natürlich jetzt perfektes Timing. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Hau rein bis dann, dein Basti. Ciao, ciao.